Google Trans Leader So, Google Trans Leader, Spiel ist klar, warum dreht sich denn das einfach so weg? Wo bin ich denn? Ach, hier sind sie, gut. Das ist dieser Sekt, ich sag es dir. Das hat dieses Drehmoment. Ich trinke hier eigentlich gar kein Alkohol, seitdem ich mir Kokain leisten kann, deswegen... Da wirst du sehr schnell auf diesen Wasser hauen, nehme ich mal an. Toll! Wir fangen an! Okay. Erster Titel ist Englisch ins Deutsche. Englisch ins Deutsche, okay. Einige Jungs küssen mich, einige knall... Oh Mann! Some Boys... Material Girl. Das ist Material Girl. So, jetzt machen wir es andersrum. Deutscher Titel ins Englische. Quando, Calzone, Vaselino DeVolvo, Combi, Nonsense, Finger in Butt, Mexico. Ah! Ah! Ja, sowas kenn ich nicht. Warte mal, da hab ich kürzlich ne Abhandlung in der FAZ gelesen. Finger in Po, Mexico. Ja! Ja! Das ist echt peinlich. Das kam aber wie aus der Pistole geschossen, muss man sagen. Das ist echt unangenehm. Ja. Komm, wir machen einen Eindruck. Ich war ja bei Some Boys Hug Me, ne? Also, das hatte noch mehr Niveau. Okay, was haben wir jetzt? Zum Nächsten sag ich mal gar nichts. Es ist erstaunlich, die Zeit ist flüchtig. Der Wahnsinn fordert seinen Tribut. Aber... Time Warp. Time is free, and it matters takes control. Du hast das Spiel gewonnen! Danke schön! Von Thomas Schleder! Danke schön! Warum? Warum? Weil... Das ist sehr, sehr rutschig. So, nehmen wir da Platz. Äh... Thomas... Google Trans Leader. Ich könnte das auch stundenlang spielen. Das ist so ein schönes Spiel. Können Sie auch zuhause übrigens selber spielen. Wir werden das bald veröffentlichen. Äh... Wir suchen noch einen Sponsor. Ich schenke dir... Hiermit ist dein Gewinn. Nein, nein. Das... Wer weiß! Wer weiß! Wer weiß! So komme ich wenigstens mal in Kontakt. Ja! So. So.